oh fuck wieso bist du gefallen? ne ich muss immer gefallen wieso sind denn der Okay. das ist ja nicht so schön hier Servus, frohes neues oh ja das ist auch ein schöner Bergkamm ich hab auf Kamera so wie dieser eine Baum, ich glaub da ist ein kleiner Sprung und dann hintendran also mäh da noch was absatz ach ja später geh ich auf knackjagd der tritt ins leere kranker film kranker film kaktus feige aus rhein-gönheimer bb shop ich frag mal den an wie das aussieht wenn ich für die werbung mache in meinen videos hab ich auch mal so bisschen was gesponsert krieg von denne alter alter ja wenn ich das gewusst hab ich es hat es aufgelost oh leut die scheiss tour zusammengestellt hab ich gedacht da gehts nur nach ach was freu ich mich schon auf ne vario stütze sag doch ihr hätt nach oben rum fahren können ja aber irgendwann glaube ich rechts rum ne abkürze ja wenn ihr abkürze wollt verdammt ich hab es verkackt der plan in meinem kopf war gut die bodenhaftung war nur scheiße so schau 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 übrigens der trick mit der guckel in die jack hat ich gebracht meine guckel ist voll angelaufen ja da müsst ihr dann irgendwo danach was rein gehen mal gucken wir mal selber ja sind wir schon voll drauf vorbei ja sind wir irgendwie falsch abgebogen da war aber kein weg mehr gezählt ja ich auch nicht aber du musst sofort weg und dann korruptieren ja kann man auch machen ok was bleibt da dass ich eigentlich denken könnte macht nichts das wird auch gerade ein bisschen überwindung für mich hier gerade mit dem laub und dann haben wir hier eine stufe vorne klappt das nicht so ganz ok ok alter da alter wo hält man doch ich habe mir schon gedacht aber ich benutze beide bremsen wenn jetzt so nass die wurzeln kommt du bist fahrt alter riecht das die bremspille alter riecht das die bremspille alter hätte ich das gewusst hätte ich die kamera unter der kabel angemacht das war ja ich habe beide bremspille ich habe eben beide bremsen benutzt beide bremsen ja stell vor das ist noch eine g'scheite nasse wurzel alter das hätte gescheppert jetzt überdenken wir mal schwamm bremsen ja hoch auf den makura also ganz ehrlich entweder die makura oder die xd und höher aber schwamm kommt man nicht ins haus kommt man einfach nicht ins haus die wo ich noch habe die fahr ich noch bis sie kaputt sind und dann werden sie ersetzt die erste ist am dort weil die level die geht keinen meter ja